Herzlich Willkommen zu einem neuen Video beim Sondersignal und Outdoor Kanal. Heute gibt es mal wieder einen schönen Outdoor Gegenstand und zwar von der Firma Goal Zero. Eine Laterne, wir haben hier die Lighthouse 400 bzw. die ist nicht nur eine LED-Laterne, sondern auch gleichzeitig eine Powerbank. Wie ihr seht, steht sie hier auf ausklappbaren Stützfüßen. So kann man sie noch mal ein bisschen höher positionieren. Ich würde sagen, dann schauen wir doch mal, was die Laterne so alles kann und was sie noch für Funktionen hat, außer natürlich Licht zu spenden. Dann schauen wir doch mal, was die kleine Laterne alles kann. Also sie ist wirklich ein Multitalent, kann man wirklich sagen. Das werdet ihr dann gleich noch sehen. Schauen wir uns zunächst mal hier den Drehschalter und die Anschlüsse an. So, dann schauen wir doch mal, welche Funktionen und Einstellmöglichkeiten wir hier so haben und fangen mal mit dem grünen Drehschalter an. Wenn man ihn nach rechts dreht, in Richtung der vollbeleuchteten Glühbirne, dann werden beide Seiten des Leuchtkörpers beleuchtet, also quasi beide LEDs aktiviert. Und wenn man nach links dreht, dann wird nur eine Hälfte der Laterne beleuchtet. Das kann unter Umständen auch mal ganz nützlich sein. Und hinzu kommt noch, je weiter man den Drehschalter in die entsprechende Richtung dreht, ist hier auch noch einmal signalisiert durch diesen Bogen, der hier jeweils verläuft. Und dann je weiter man nach unten dreht, stärker wird, desto heller wird die Laterne auch. Das bedeutet, wir haben hier eine Dimmfunktion. Sie kann vollbeleuchtet werden, kann aber auch nur halbseitig beleuchtet werden. Also das ist schon mal eine super Sache. Ich hatte ja schon erwähnt, dass diese Laterne auch gleichzeitig eine Powerbank ist und etwaige Geräte, die zu laden sind, kann man an diesen USB-Anschluss hier anschließen. Dann wird mit bis zu 1,5 Ampere geladen und somit hat man auch eine praktische Lademöglichkeit für unterwegs. So, für den nächsten Punkt, den ich euch zeigen möchte, werde ich einfach mal die Stützfüße der Laterne ausklappen. Das geht ganz einfach, man hebt sie an und dann werden die Dinge einfach nur nach rechts und links ausgeklappt. So sieht das dann am Ende aus. So, ihr seht hier über dem Ein- und Ausschalter den USB-Stecker mit grünem Kabel. Das Ganze verläuft hier einmal um die Laterne herum. Über diesen Stecker und das Kabel wird der integrierte Akku geladen. Dazu wird der USB-Stecker einfach hier rausgenommen aus dieser Öffnung und das Kabel einmal abgewickelt. So ist das Ganze von der Länge her. Also das ist jetzt relativ kurz, aber es dürfte eigentlich reichen. Und damit kann man dann den integrierten Akku laden. Ja, bevor ich die Laterne gleich einschalte und euch die Funktionen zeige, schauen wir gerade nochmal auf das Datenblatt und sehen uns mal die wichtigsten technischen Details nochmal genauer an. Wir haben hier bei dem Thema Leuchtdauer der Lampe oder der Laterne, ist natürlich immer ein wichtiges Thema, wie lange kann ein akkubetriebenes Gerät durchhalten. Da haben wir eine Leuchtdauer mit halbseitiger Beleuchtung auf der Stufe Low für 48 Stunden und High bis zu 6 Stunden. Ist die Laterne beidseitig beleuchtet und in der Stufe Low, dann geht das Ganze für 24 Stunden und in der Stufe High für 2,5 Stunden. Eine weitere wichtige Information, finde ich zumindest, ist die Helligkeit, wie hell ist diese Laterne und hier ist sogar auch die Art der LEDs angegeben. Wir haben hier zwei 3 Watt LEDs, die warm weiß leuchten, mit einer Farbtemperatur von 3500 K und das Ganze dann mit maximal 400 Lumen. Auch ganz interessant zu wissen, was für eine Kapazität hat der eingebaute Akku. In dem Fall haben wir hier 4400 mAh zur Verfügung, um sie entweder komplett für die Beleuchtung der Laterne zu nutzen oder natürlich, wie schon gesagt, auch als eine Art Powerbank und Stromversorgung für mobile Geräte. So, dann würde ich sagen, schalten wir die Laterne doch mal ein, dafür werde ich sie gleich noch mal ein wenig abdunkeln und dann zeige ich euch noch eine sehr praktische und nützliche Funktion. So, dann legen wir doch mal los. Ich drehe den Ein-Ausschalter erstmal nach rechts, das heißt, wir haben dann volle beidseitige Beleuchtung. Was hier noch auffällt, wir haben hier eine Akkuzustandsanzeige, bestehend aus vier blauen LEDs, das heißt, wir haben immer die Übersicht, wie viel Kapazität ungefähr noch vorhanden ist. So, das ist jetzt die Stufe Low. Ich glaube, viel weiter runter kann ich es nicht dimmen. Nein, es ist tatsächlich die schwächste Stufe. Und wie gesagt, die beidseitige Beleuchtung. Ich werde die Lichtstärke jetzt mal langsam erhöhen, bis wir dann letztendlich bei dem Maximum angekommen sind. Und ihr seht es, denke ich, auch schon. Also es wird schon deutlich heller. Und jetzt sind wir mit beidseitiger Beleuchtung auf Vollpower sozusagen. So, dann werde ich das Licht einmal wieder herunter dimmen, bis die Laterne letztendlich wieder komplett ausgeschaltet ist. Also jetzt. Und dann drehen wir einmal nach links und aktivieren die halbseitige Beleuchtung. Da werde ich euch auch gleich nochmal eine andere Ansicht zeigen, denn aktuell sieht es, glaube ich, genauso aus wie eben, als wäre die Laterne voll beleuchtet, was aber nicht der Fall ist. So, ich habe die Laterne jetzt einmal ein bisschen anders positioniert, damit ihr auch gut sehen könnt, dass wir hier quasi den Leuchtkörper in der Mitte haben, der aber in zwei Hälften unterteilt ist. Und wenn ich jetzt den Ein-Ausschalter einmal nach links drehe, dann wird nur eine Seite beleuchtet. Und ich denke, so kann man es auch ganz gut sehen. Die in dem Fall jetzt rechte Hälfte wird beleuchtet, die linke nicht. Dann drehen wir das Licht jetzt einmal ganz auf. Und so sieht die Laterne dann halbseitig beleuchtet aus. Ich werde das Ganze gerade nochmal drehen. Dann seht ihr nochmal, dass es so den Eindruck macht, als wäre die Laterne beidseitig voll am Leuchten. Dann haben wir hier nochmal die Seitenansicht. Und dann hier quasi die Rückansicht. Also hier sieht man jetzt die Seite, die nicht beleuchtet ist. Das kann durchaus auch mal ganz hilfreich sein. So, eine Taste habe ich noch nicht erklärt. Und zwar dieses kleine rote Dreieck, das hier unten zu sehen ist. Das hat mit den roten Abdeckungen hier oben zu tun. Und zwar haben wir hier so eine Art Notsignalgeber, Notleuchte, um auf sich aufmerksam zu machen. Ich denke zumindest, dass es dafür vorgesehen ist. Und wenn ich diese Taste jetzt einmal aktiviere, dann sieht das Ganze so aus. Also quasi ein Rotationseffekt, der jetzt hier oben an der Lampe, an der Laterne wiedergegeben wird. Ja, ist jetzt nicht ultrahell, aber ja, ist doch eine ganz nette Funktion. Praktischerweise haben wir hier an der Laterne auch einen Griff. Den kann man hier einfach seitlich aufklappen. Und dann kann man sie eben so tragen. Und ja, hat dann eine etwas bequemere Art, die Laterne zu tragen. Natürlich kann man sie theoretisch auch kaufüber halten und an den Stützfüßen hier unten tragen. Aber das muss dann nicht unbedingt sein. Ja, und damit sind wir auch schon fast am Ende des Videos und kommen noch zu einem letzten Punkt, den ich euch gerne zeigen möchte. Denn diese Laterne hat eine äußerst praktische Funktion, um den Akku auch dann aufladen zu können, wenn keine Stromquelle zur Verfügung steht. Und zwar hat es der eine oder andere vielleicht schon entdeckt. Wir haben hier oben einen Hebel, nenne ich es mal, oder einen Griff. Und damit können wir jetzt Strom erzeugen, indem wir hier einfach drehen. Das werde ich euch gerade mal zeigen. Am besten hält man die Laterne hier unten so fest. Und so wird dann Strom erzeugt. Ihr seht, die blauen LEDs sind auch angegangen. Jetzt sind sie gerade wieder ausgegangen. Ich werde das gerade nochmal zeigen. Da reicht es auch, wenn man hier so ein bisschen dreht. Und ihr seht, die letzte LED rechts, die vierte, die blinkt. Das heißt, es findet ein Ladevorgang statt. Natürlich ist das jetzt so nicht gerade sehr sinnvoll. Normalerweise macht man das so. Aber um euch das zeigen zu können mit den LEDs, habe ich es gerade mal per Hand so ein bisschen hier oben rumgedreht. Ja, so kann man also auch Strom erzeugen. Und zwar sollte man etwa eine Minute lang mit ca. 120 Umdrehungen pro Minute drehen. Dann erzeugt man Strom für 10 Minuten Licht. So ist es zumindest hier auf der Verpackung der Laterne angegeben. So, und damit sind wir auch am Ende dieses Videos. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr es interessant fandet. Wenn das der Fall ist, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst auch nicht, mich zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren. Ja, diese Laterne finde ich persönlich sehr nützlich und hilfreich. Natürlich spendet sie ein richtig schön helles Licht. Ich hoffe, dass das im Video auch entsprechend rüberkommt. Dann haben wir die Möglichkeit der halbseitigen Beleuchtung. Das kann vielleicht je nach Situation auch mal ganz nützlich sein. Gleichzeitig gibt es eine Powerbank, um alle möglichen mobilen Geräte aufzuladen. Vom Handy über Tablet, über der Kamera oder sonstige Geräte. Also wirklich eine super Sache. Durch die Stützfüße kann man die Laterne ein bisschen höher positionieren. Wodurch das Licht dann noch ein bisschen besser verteilt wird und weiter reicht. Und wenn man die Füße einklappt, dann ist sie richtig schön handlich. Alles in allem, also ein wirklich tolles Outdoor-Gadget meiner Meinung nach. Ein echtes Multitalent. Und an dieser Stelle doch der Hinweis, die Laterne wurde von mir selbst erworben. Ganz normal wie jeder andere, auch der sie kauft. Also keine Zurverfügungstellung oder kein Sponsoring seitens des Herstellers. Ja und damit sind wir jetzt wirklich am Ende dieses Videos. Wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und lade euch natürlich auch gerne dazu ein, noch weiter auf meinem Kanal zu stöbern. Und euch meine weiteren Videos anzuschauen. Da würde ich mich sehr freuen. Natürlich auch über ein entsprechendes Feedback. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Fuck's gut und tschüss. haben wir das nicht heute открыt. Umm, dann預